Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest für immer unser Zuhause anzunehmen bei Gigan Feuerwaff im Schattenhochland an dieser Stelle. Vor Quest war Feuerwaffs Patrouille. Wir haben jetzt hier auch ein Wasserweinwand mitbekommen, den kann man in die Leisten ziehen. Solltet ihr nicht automatisch ein Wasserweinwand dabei haben bei der Quest, dann müsst ihr einen nehmen von hier vom Brunnen. Den könnt ihr dann auch aus dem Inventar in die Leisten ziehen und von daraus benutzen. Wir müssen jetzt Feuerblaschen, sieben von fünfzig. Also Wasserweinwand benutzen, zielen und links klicken. Geht ziemlich flott. Da haben wir zwanzig schon, achtundzwanzig und jetzt ist das Wasser aus. Jetzt ist es wieder gefüllt. Also wenn bei euch das Wasser rausgeht, eventuell neues vom Brunnen holen. Und es tut sich automatisch nachfühlen, so wie bei mir gerade. Und fünfzig von fünfzig. Quest ist abzugeben bei Gigan Feuerwaffs im Schattenhochland. An dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.